wow also jetzt bin ich ganz schön verblüfft das sind zwei 200 volt kondensatoren elko aus netzteilen mit normalen keramik kondensatoren die gleichrichter brücke kender habe es ans gehäuse von dieser lampe angeschlossen das normalerweise ist das geerdet ja ist geerdet hat so einen stecker ist eine erde mit drin und bin hier vom minus aber auch noch auf eine erde gegangen also habe ich den jetzt eigentlich zwischen erde und erde gescheiden und wenn man guckt wieviel volt er jetzt hat ich habe gedacht ich sehe nicht richtig vorsicht da sind wir drauf seht ihr das hier 320 volt 320 volt hat ungefähr na gut gestern abend habe ich es angesteckt aber die dinge haben sich echt auf 320 volt aufgeladen das soll mir mal jemand erklären gucken ob ich jetzt einen verwischt bekommen oder nicht eigentlich mag ich das überhaupt mit kondensatoren kurz schließen wow ok da war ordentlich saft drauf gewesen jawoll mehr als ordentlich wow krasse sache freie energie johé und ja m ja